jo leute was geht's hier einmal der prince jones am start und hier mr hier reinreden kollege hier hoppala da reinreden kapisch so und wir spielen slender mit cam und so damit ihr seht wie der kollege hier sich in die hosen macht was genau können gern wieder jawohl ohne nebel diesmal willst du spielen ich wollte nur höflich sein ich dachte vielleicht hast du bock ich meine natürlich ja ich habe übel bock und ich mache mir auch nicht gleich in die hosen ab der ersten seite hörst du überhaupt was aber doch nicht dann hat man das vielleicht auch hier und das soll man hier nicht haben ja egal na guck mal noch was ich suche die erste seite wir wollen lauf ich in den wald in die stadt natürlich wo lauf ich hin muss noch einkaufen gehen zum hau tot leben tot leben oh mein gott haus des grauens aber wir holen zuerst weißt du wir gucken erst was da drin ist dann holen wir von da die seite und dann erst gern dann müssen wir da nicht noch mal rein was du wir richtig alter ich war mir dann zu schwitzen in diesem haus ich habe keine drei ich habe eine einzige das auch nur was hat der typ hier wohl getrieben ich will gar nicht wissen perversling das fenster war vorhin offen ich bin straßen wo ich kann es reparieren er soll mich engagieren wenn er was braucht da geht es mir raus da will ich nicht alter das ist noch schlimmer diese scheiß kanister tanks da oh mein gott wo ist das so ganz und ich kann mich auch nicht erinnern dass es so dunkel war wieso wird das nur so heiß hier drin scheiß dreck ach ich sollte vielleicht licht anlassen du hast doch wenig hier dicht ich muss pissen alter war der schule die ganze zeit schon so mach mir keine angst du nennst mein werk scheiße alter wir haben keine wahl wir müssen hier raus nee was du nicht sagst alter wo ist das radieschen pflücken oder wieso lauert hier ah vielleicht sollte man die Finger auf den richtigen Tasten haben damit man ihn abbauen kann ja machst du toll Kollege alter alter ich habe mich schon einige Male in die Hosen geschissen als ich mir die Videos angeguckt habe von anderen was jetzt sind doch du siehst doch was hier die ganze Versuch du Idiot du kannst gerne übernehmen wie gesagt da habe ich nichts dagegen du kannst gerne übernehmen wie gesagt da habe ich nichts dagegen ja jetzt mach einfach mal hin ich muss pissen ich mein es ernst aber ich will es nicht wieder von vorne aufnehmen aber ich will es nicht wieder von vorne aufnehmen aber das kann doch nicht sein jetzt ich war im Haus und ich war in den scheiß Tanks noch irgendwo hin einfach weiter also nicht im Kreis aber ich will erstmal die gefährlichsten Stellen also die mir am meisten ja das ist doch jetzt nicht los wie gesagt wenn du willst dass hier actionlos ist kannst du gern dich hier umschauen ein bisschen alter das gibt es doch gar nicht ich muss pissen habe ich dir schon gesagt nein das muss ich nicht so richtig gefährlich habe ich dir schon gesagt also sobald die Musik kommt dieses dumm dumm das letzte mal die Kopfe drauf sonst hast du ja gar keinen Schiff mein Gott die Musik nein nein ich habe noch nicht meine Seite gesammelt aber du hast doch noch keinen nein das ist ja das Problem die kommt auch wenn du nicht hörst ja siehst du doch die Musik das kann gar nicht sein halt sie mal holen alter ich lasse die Musik zieh mir mal in den Rauchstab zu lassen nein lass niemand ja danke danke aber ich glaube der kommt nicht weil das glaube ich heizen mach mir keine Angst du kannst schon Licht ausmachen da kommt das wenn du die erste die Lieder alter alter was ich habe gerne Schaut das ist für ewig Licht das weiß ich wer sagt das das ist so beim Spiel wo weißt du das keine Ahnung Alter ich hasse dieses Spiel ich dachte das ist ich habe mir echt gedacht das erstes das wird einfacher aber im Gegenteil ja wenn wir nach halben Stunde haben wir auch kein Licht gefunden ah oh mein Gott lass mich in Ruhe für zwei Minuten bis ich mich einscheiß alter bleib bloß fern alter geh Radieschen sammeln geh deinen von der Palme wedeln aber lass mich du kannst mich mal gern haben Kollege oh mein Gott dieser Baum ich will da gar nicht hinter den Baum alter wird mein Licht schwächer hast du vielleicht doch recht ja lad doch doch aus jetzt mache ich an und plötzlich ist ein weißes Gesicht vorne hier oh mein Gott ich will nicht ich will nicht gucken oh ich dachte grad du musst zum zweiten ja ab 5 wird brutal ja ab 5 wird brutal wieso da kommt noch mehr Musik und so wieso da kommt noch mehr Musik und so alter ich hab ihn doch wo ist der Schmack eigentlich ich will ihn gar nicht sehen du musst ihn dir die ganze Zeit nicht dann lass ihn doch wenn er nicht will dann will er nicht alter in um h m h h h h mit lex gespielt egal ob der ist gar nicht da der ist da rennt doch ich will nie ich kann nicht unendlich rennen du dumm fucker zwei Meter gewandt ist was ich wette wenn ich mich umdrehen ist so wie letztes Mal Alter aber ich hab letztes Mal vor lange überlebt ein Wunder bei dir die Schnauze abgefucktes spiel alter ich glaub der folgt dir gar nicht was ich glaub der folgt dir gar nicht Alter das ist das Haus da geh ich bestimmt nicht dran der hat bestimmt schon seine Utensilien wie Messer und so bereit gelegt oder der frisst mich direkt auf oder wie tötet der eigentlich einen danke dass du mir eine mitgegeben hast du bist sehr aufmerksam hier war ich doch schon gell ja stimmt gell ich will mich nicht umdrehen die Schnauze geh weg geh weg geh weg der soll ich noch Slendermans Kollegen einladen ich hab ihn aber nicht gesehen hast du ihn gesehen äh Hunde Hunde ist aber leider der ist so weit weg ja aber der teleportiert sich der Bastard alter gehts auf gehts auf alter scheiße du glaubst da kennt er sich am besten aus treib doch einfach du machst rein alter 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 drecks ich will doch gar nichts von dir ich will doch gar nichts von dir ich will ich will wieso wird das hier so heiß wenn der Männchen Alter wenn der jetzt von irgendeinem Baum kommt ja genau der Job mach ich nicht ah diese Seilen da muss was sein boah was ist das keine Ahnung Seilen halt Baumstramdinger schön dass du dich zu machen ah ne Seite du hast auch nie länger als eine Seite überlebt ah jetzt kommt noch 5 ab 3 schon die scheiß Musik 5 ohne dass du das Ding die ganze Zeit anstupst oh oh ah ja was mach ich hier doch Johnny noch fett wenn ich mich umdrehe dreh dich mal um bitte hey geh mal nach vorne was war das das ist vom Tunnel wow wow fuck guck mal das wird schwächer ja mach nicht soviel an du brauchst ja nicht bis dahin ja man scheiße das wird schwächer stand am Männchen bleibt nur aus der ja ja probier's doch tot ohne Ausgang oh mein Gott oh mein Gott eine Seite ah 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 scheiße alter ah alter ich wollte mich nicht oh mein Gott ah ah Alter! Alter! Scheiße! Fick dich! Als dass man das bisschen schocken hat! Alter! 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 Alter, ich hab ihn nicht gesehen! Du hast plötzlich aufgetoppt! Scheiße! Komm, machen wir! Du darfst! Komm! Platze müssen! Gott! Plätze tauschen hier! Wie genau? Ja, du darfst! Okay! Ja, da bin ich mal gespannt! Hier! Danke, sehr aufmerksam! Auch wieder gern, Johnny! Welche Tasten hast du? Na, W, A, S, D und das hier zum Rennen! Okay! Darf ich vielleicht... Hier? Du, du, du die Hand! Hä? Ja, ja! Du brauchst mich ja nicht anzuschreien! Okay! Viel Spaß! Und ich dich dir auch! Warte, Kopfhörer! Na, da bin ich mal gespannt! Haha! Wie ist das denn? Mach ich Taschenlampe? Ja, mit Maustasten! Achso! Warte mal, hab ich das letzte Mal gespielt? Mal... ... ... ... ... ... Wie ist das denn? Nein, ich weiß nicht! Mal links... ... ... ... Links, das andere links. Was? Da muss irgendwo so eine fette rote Säule sein. Warte, ich lauf mal hier. Was? Perfekt. Naturgeräusche. Gute Eisen. Das weiß ich. Jetzt guck ich mir das gerne an. Bei dir war's das cool. Ja, der Wichser. Der stand plötzlich da in dieser scheiß Säule. Ja klar. Wie lange kann die überhaupt drin? Ja. Keine Ahnung. Dein Lieblingsort. So weiß ich muss... Na sammle endlich eine Seite ein verdammt. Aber der hat's eine halbe Stunde gedaupt. Wo war die denn? Komisch schon. Was ist? Nichts. Kollege, du bist ja nicht ins Haus gegangen. Hä? Da warst du doch schon. Da ist doch nichts. Was? Aber die sind jetzt voll Wonders. Glaub' er nicht. Dumpfbacke, Alter. Was weiß ich. Ich zock das Spiel gar nicht so. Du zockst das Spiel gar nicht so lang. Zack mal. Alhamdulallah. Ja. Raustdurchsuchung. Fertig. Ja, ja. Du hättest wohl gern. Hey. Warte, ich guck mal hier. Du bist irgendwie die Scheißbude. Ja, hier könnte es auch sein. Was, wenn der Typ gerade eine Party schmeißt? Du bist nicht reingeladen? Ja. Besser. Naja, stimmt. Du bist ja das Hauptgericht. Der Hauptgang. Bist langweich, gell? Ja. Ich schwör. Blender, man. Irgendeine Gestalt. Ey, das war nur vorher am Arsch, man. Ja, ja. Du hast geglaubt mehr. Die wurden geschissen als ich, also. Schauen wir mal die Wiederholung an. Ja, werden wir sehen. Also ich will unbedingt mal die acht Seiten sammeln. Schön wird. Hättest du gemacht, was ich dir gesagt hab? Sumpfbacke. Scheiße auf das so aus. Egal, der kommt jetzt auf, wenn du keine Seite gesammelt hast. Das ist echt nicht. Ja, hast du vorhin nie gesehen. Da kam das Geräusch, aber nicht der. Ja, und das Geräusch heißt der unterwegs. Slalom Baby, Slalom. Ja, es gibt doch nicht mal eine Seite gefunden. Das ist einfach nur schlecht. Was? Hier ist es heute noch was. Gib mir mal die Flasche, ich muss pissen. Viel Spaß. Boah, ich hab einen auf der Pfanne, wenn ich ihn hören. Ja, danke. Was ja sein könnte. Jetzt komm, hier. Alter, lauf doch in die Richtung weiter. Du darfst wieder zurück. Geh, ist doch zu. Ja, was ist da lang? Keine Ahnung, ich bin doch von der... Okay, geil. Ja, jetzt geht's los. Und? Wie fühlt es sich an? Der Gehakt ist leid. Ich hab wieder beißt du was von in den Arsch. Ja, genau. Weil du genauso leidest, nicht? Oh. 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 Oh, die scheiß Lampen an. Ich seh' doch schon so. Ja, aber vielleicht in der Aufnahme? Oh. Oh. Oh, scheiß drauf. Oh. 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 Oh, hier. So. Nein. So. Ich hab gar nichts gefunden. Das ist doch... Du bist schlecht. Ja, danke. Dankeschön. Das zog nicht zum Detektiv. Ja. Das zog nicht zum Detektiv. Na, hier, um diesen Stein irgendwo muss er sein. Ja. Um diesen Säule-Ding da. Alter. Du bist der erste, der anfängt zu flattern, Junge. Ja, ich hab' nicht mein... Ach, egal. Wo ist der schwarze... Wie ist der schwarze... Wie ist der schwarze... Wie ist der schwarze... Wie ist der zog? Das hat kein Wert mit dir. Wenn man will, dass er etwas richtig gemacht wird, dann würde man selbst wohnen. Oh Gott. Dusch. Schmockert, öh, ey, der hat Angst bekommen, ne, vor dir, wenn ich Taschenlampe ausmache, sieht der mich vielleicht nicht, oder, wenn ich Aushalt mache, ne, sieht der nicht, so, guck, da passiert gar nicht, ja, aber mit Schnapphofen ist noch nichts passiert, aber lass einfach an, so lange musst du hier nicht überleben, um was, um was, um Rechte einfach, um Rechte, weiter, ja, Alter, hey, Dur, dicht auf den Fersen, ja, geh rein, was findest du an der Seite, Was ist denn? Was ist denn los? Mein Leben hat sowieso keinen Sinn Ja, lass auch Ich kann weg nicht verreck hier wieder Ich gehe rein, hier bin ich rein, rechts links Du verdammtes Arschloch Brück mir in dich Lauf doch langsam um die scheiß Ecken Alter was machst du? Wo? Keine Ahnung Renn doch nicht durch die Wohnung, Alter Ist doch egal Du machst deine Fliesen kaputt Dann muss ich sie reparieren Ich will nicht wissen, was hier passiert ist Lauf langsam Ja, genau, langsam Was, wenn der jetzt um die Ecke ist? Ja, als ob der mich nicht sieht Sieh sie nicht Ich dachte, der ist in irgendeine Ecke Ha, ich bin draußen Ja, jetzt laufen wir durch die Tannis Tannfinger Alter Warte da Nein Mann Der Schmuck hat doch Angst Warte da Nein Mann Der Schmuck hat doch Angst Warte da Nein Mann Ja stehen bleiben ist die beste Idee Ja, endlich Ja, endlich Mein Leben hat einen Sinn Sammel sie, Sammel sie Drück schnell Lauf weiter Was soll ich drücken? Die andere Maustaste Ja Das war die erste Das war die erste Seite Wie lange hat es gedauert? Eine Stunde Warte Nein, ich bin zu schön AHHHHH Nächste Folge kommt's irgendwann. Ciao und so. Willst du noch was sagen? Nein. Peace. Oh mein Gott. Insights. Oh mein Gott. Insights. Nein. jose, 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 jose! Ah, 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 ah!